Sechs Wochen, können auch zwei Monate sein, solche IgM-Antikörper zusätzlich. Und die werden möglicherweise dazu führen, dass so ein SARS-2-Antikörpertest falsch positiv wird. Und wenn man das jetzt in dieser Jahreszeit anwendet, das weiß ich deswegen, weil wir das hier ja auch tun. Wir benutzen diesen Test ja auch und haben da auch sicherlich 2000 Untersuchungen schon damit gemacht an normalen Patienten. Dann sehen wir eben schon zusätzlich auch, dass da falsch Positive entstehen. Und die Rate dabei ist nach meiner jetzigen Erfahrung im Moment, so bei dem, was wir hier in Berlin sehen, so drei Prozent, können auch vier Prozent sein. Das ist auch alles gar nicht so wichtig, wie viel Prozent das jetzt exakt sind. Denn man macht einfach etwas, um diese Unsicherheit auszuschließen. Man macht eben nicht nur einen ELISA-Test und nimmt den Wert, der aus der Maschine rauskommt und sagt, okay, den trage ich jetzt in die Tabelle ein oder den Befund teile ich jetzt dem Patienten mit. Sondern man macht einen Zusatztest bei den Positiven. Also wenn einer ein ELISA-reaktives Signal hat, dann nimmt man dieses Serum und testet das in einem anderen Labortest nochmal nach. Das ist der Neutralisationstest. Da bringt man also das Virus zusammen mit dem Serum dieses Patienten in eine Zellkultur und schaut, ob das Virus dann die Zellen noch befallen kann. Und wenn der Patient Antikörper gegen das Virus hat, dann werden diese Antikörper des Virus davon abhalten, die Zellen zu befallen. Was Testungen angeht, wir waren jetzt immer bei den Antikörpern noch einmal auf die PCR-Testung blicken, weil auch da übers Wochenende es verschiedene Meldungen gegeben hat über Patienten, die als genesen galten, beziehungsweise aus dem Krankenhaus entlassen wurden und nun erneut positiv getestet wurden. Also nicht Antikörper, sondern den Virusnachweis tatsächlich im Rachenabstrich zum Beispiel oder aus der Lunge. Ist es denkbar, dass das Virus reaktiviert wird? Sie haben an den Münchner Patienten ja auch den Verlauf der PCR-Tests untersucht. Ja, also genau. Das ist etwas, das schon einmal diskutiert wurde. Wir haben das sogar hier im Podcast schon mal kurz angesprochen. Da gab es schon einmal einen Artikel drüber. Und es ist jetzt wieder hochgekommen in der Diskussion. Unter anderem deswegen, weil mehrere Artikel aus China zu demselben Thema wieder erschienen sind. Und auch, weil es eine öffentliche Stellungnahme gab von Gesundheitsbehörden in Korea, die auch gesagt haben, sie haben das jetzt entdeckt, dieses Phänomen. Dieses Phänomen ist so zu beschreiben, ein Patient wird entlassen aus dem Krankenhaus, gesichert als Corona-negativ entlassen und geheilt. Und kurz Zeit später, da geht es um Tage, drei, vier Tage oder auch mal bis zu sieben Tage, acht Tage, kommt es dann vor, dass der Patient dann doch noch mal getestet wird. Und auf einmal ist er wieder positiv für das Virus in der PCR. Und man sagt, der hat sich dann vielleicht neu infiziert. Also das heißt, der war in Wirklichkeit gar nicht immun, obwohl er die Krankheit überstanden hat. Oder das Virus ist noch mal zurückgekommen. Und da kennt man ja bestimmte Infektionserkrankungen. Herpesviren sind so das Paradebeispiel, die immer wieder kommen können. Und man stellt die Frage, ist das vielleicht bei diesem neuen Virus auch so? Und dazu kann man sagen, es gibt leider immer noch sehr wenige genaue Beschreibungen in der wissenschaftlichen Literatur über den Ausscheidungsverlauf des Virus in Patienten. In verschiedenen Probentypen, zum Beispiel in Abstrichen aus dem Hals oder in Lungensekret, Sputum auch genannt, oder in Stuhlproben. Das sind ja alles die Probentypen, wo wir wissen, dass das Virus nachweisbar ist. Wie das da über die Zeit sich genau verhält mit der Ausscheidung, das ist in wenigen Studien bis jetzt erst beschrieben worden. Wir haben davon eine gemacht und veröffentlicht. Die können wir vielleicht hier auch noch mal als Referenz einstellen. Die ist ja inzwischen ganz gut verfügbar. Die ist veröffentlicht und da kann sich das auch jeder selber anschauen. Da haben wir mal ein Übersichtsbild gemacht von dieser Ausscheidung über den Zeitverlauf bei neun Patienten aus München. Bei neun frühen Fällen, die in Schwabing behandelt wurden, in der Münchenklinik Schwabing bei Herrn Wendner. Und da sieht man schon die Nachweisgrenze der Polymerase-Kettenreaktion. Und man sieht genau, wie gerade auch gegen Ende des Verlaufs, wo die Patienten dann wieder gesund werden, das Virus immer noch da ist. Das ist mal nachweisbar, auch mal für ein paar Tage hintereinander. Und dann ist es wieder für ein paar Tage hintereinander nicht nachweisbar. Das springt also immer mal über und unter die Nachweisgrenze. Und das sind einfach statistische Phänomene, die da auftreten. So eine PCR kann ja nur eine gewisse Probe, ein gewisses Probenvolumen auf Virus untersuchen. Und da gibt es statistische Verteilungsphänomene, die dazu führen, dass das Virus im Prinzip schon die ganze Zeit da ist. Aber der Test kann das nicht immer erfassen. Müssen Sie sich einfach so vorstellen, ich erkläre das Studierenden häufig so, sie haben ein Planschbecken voller Wasser und da drin schwimmen Goldfische. Und die sind ohne Zweifel da. Aber jetzt nehmen Sie mit einem Eimer eine Probe aus diesem Planschbecken und zwar mit verbundenen Augen. Und dann kann es sein, dass Sie in Ihrem Eimer mal einen Goldfisch drin haben und mal nicht. Und dennoch würde man ja nicht in Abrede stellen, dass da Goldfische drin sind in dem Planschbecken. Das heißt ja aber für die Frage der Testung, dass es doch Unwägbarkeiten gibt, weil man eben zum Beispiel getestet wird in der PCR-Testung und dann zufällig gerade das Virus nicht erkannt wird, obwohl man möglicherweise infektiös ist. Genau, also wenn ich jetzt aus so einem, bleiben wir mal bei diesem Bild, bei dem Planschbecken. Also es sind erst mal viele Goldfische drin und immer, wenn ich einen Eimer Probe rausnehme, sind da Goldfische in dem Eimer. Und da sage ich, aha, in diesem Planschbecken sind Goldfische. Wenn ich aber immer weniger Fische habe, das ist also am Ende der Krankheit, da ist immer weniger Virus im Sputum zum Beispiel oder in Abstrichproben vor allem. Dann kommt es immer auch mal vor, ich nehme so einen Eimer aus dem Planschbecken raus und da ist mal nur Wasser drin und keine Goldfische. Und das kann durchaus auch mal zweimal hintereinander vorkommen, wenn ich jeden Tag so eine Probe da rausnehme. Und dann sage ich, hier war die PCR zweimal hintereinander negativ. Der Patient ist also jetzt geheilt und wird entlassen. Und wenn ich dann aber zu Hause weiter teste, zum Beispiel im Rahmen von Nachkontrollstudien oder weil das Gesundheitsamt kommt und sagt, wir wollen den Haushaltskontext überprüfen und dann nehme ich wieder eine Probe raus, dann kann es sein, dass doch wieder plötzlich das Virus nachweisbar ist. Also bildlich gesprochen, ich nehme dann noch mal einen Eimer Wasser und dann ist wieder ein Goldfisch da drin. So ist es einfach. Also das ist meine Erklärung für dieses Phänomen, gerade weil das auch nur so kurze Zeit nach der Krankenhausentlassung auftritt. Wenn man weiter testet, dann findet man immer auch mal wieder ein positives Ergebnis. Und jetzt ist einfach die Frage, wie man damit umgeht. Und ich kann Ihnen sagen, hier bei uns in Deutschland würde so etwas nicht passieren, weil wir hier eine Kultur haben, dass solche Ergebnisse relativ schnell hinterfragt werden und dass Regeln auch immer gesehen werden als mit einer Möglichkeit einer Ausnahme. Also ein deutsches Gesundheitsamt würde praktisch sagen, naja, okay, das ist ja klar, das ist jetzt eben so passiert. Aber in der, sagen wir mal, asiatischen Kultur des öffentlichen Gesundheitswesens gibt es eine viel stärkere Striktheit beim Umgang mit solchen Regeln. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also ich will das nicht jetzt kritisieren. Das ist einfach eine kulturelle Unterschiedlichkeit, dass sich genau dran gehalten wird. Wenn einmal so eine Regel aufgestellt wird, dann wird die eben auch befolgt. Und wenn dann gesagt wird, wir einigen uns jetzt darauf, ein Patient, der zweimal hintereinander PCR-negativ war, den definieren wir als geheilt und den entlassen wir. Dann kann es eben vorkommen, dass dadurch auch ein scheinbarer Widerspruch entsteht, wenn nachuntersucht wird und dann gefunden wird, jetzt hat der aber doch Virus. Dann erscheinen eben bestimmte statistische Phänomene, die so auftreten, mit einer gewissen Gründlichkeit erhoben werden. Das ist ja eine Gründlichkeit, wenn man sagt, nein, diese Regel wird jetzt nicht hinterfragt. Das ist keine Ausnahme, sondern wir tragen das in die Tabelle jetzt nun mal ein. Der Patient war nun mal zweimal negativ getestet und jetzt ist er nun mal wieder positiv. Und jetzt testen wir mal ein paar hundert solcher Entlassungsverläufe und tragen das alles in die Tabelle ein und diskutieren erst darüber, nachdem wir die Tabelle komplett haben. Und dann schreiben wir das zusammen und schreiben darüber eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Das ist genau passiert und zwar mehrmals. Und diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind jetzt in einer öffentlichen Ressource und lesbar. Und jetzt fängt aber dieser Diskussionsprozess an. Also jetzt geht es los, dass Leute solche Veröffentlichungen lesen, die sich vielleicht nicht im Detail auskennen und sagen, was ist denn das? Das sieht ja aus wie eine Wiederinfektion. Was ist denn hier los mit diesem Virus? Und es wird dann wieder über noch weitere Diskussionskanäle verbreitet und dann entsteht darum auch Aufregung und Verunsicherung. Und dann kommen wieder andere Experten und die sagen, oh oh, wenn dieses Virus mal nicht in der Lage ist, zu reaktivieren. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den wir im Moment in einer breiteren Wissenschaftsöffentlichkeit hier gerade erleben. Auch durchaus wieder Wissenschaftsjournalisten dabei mitmachen, die das aber zum Teil auch sehr differenziert darstellen. Es gab einen sehr schönen, differenzierten Artikel darüber in der Zeit jetzt gerade am Wochenende. Der hat mir sehr gut gefallen zu dem Thema. Derjenige, der das geschrieben hat, der darf natürlich jetzt nicht so wie ich sagen. Also ich kann sagen, ach, meine eigenen Daten, die sind mir bekannt. Und ich glaube da einfach nicht dran als Wissenschaftler. Bei allem, was ich über diese Patientenverläufe kenne, würde ich sagen, meine Erfahrung sagt mir, das sind wahrscheinlich einfach diese Zufallsverteilungen am Ende des Krankheitsverlaufs. Gerade wenn man mit Abstrichproben aus dem Hals arbeitet. Aber es läuft nicht so oft an, die sind so viele Teufonds, seitdem wir den Hals cupboarduen gemacht haben. Vielen Dank.